hallo ich freue mich dass du mein video angeklickt hast in diesem video möchte ich dir kurz erzählen wer ich bin was ich bin und was ich so mache ich bin 43 jahre alt und wie du sehen kannst und hören kannst ein mann der frauenkleider an hat ein crossdresser seit über 25 jahren ist das crossdressing mein hobby und es gibt so gut wie nichts was ich im taschermodus noch nicht erlebt oder gemacht habe taschermodus den begriff benutze ich immer dann wenn ich mein hobby oder inzwischen auch meinem beruf nachgehen zu meinem beruf vor circa vier jahren habe ich mein hobby zum beruf gemacht ich habe einen crossdressing begleitservice ins leben gerufen bei dem ich anderen crossdressern helfe ihr hobby in der öffentlichkeit auszuleben wenn du mehr darüber erfahren möchtest kannst du das auf meiner homepage nachlesen oder mir einfach eine nachricht schreiben so viel erst mal über mich bitte schreib mir einen kommentar ob dir dieses kurze video gefallen hat oder nicht und ich habe vor noch mehrere videos aufzunehmen wenn du also video wünsche hast versuche ich die zu erfüllen über deine anregungen freue ich mich kritik nehme ich immer dankend an denn nur wenn ich weiß was schlecht ist kann ich es ändern und wer weiß vielleicht sieht man sich ja demnächst bis dahin nicht vergessen hast du keine fee brauchst du selbst eine idee 6 7 Vielen Dank.